WDR mediagroup GmbH Es sind Battle-Stages über die ganze Insel verteilt. Da könnt ihr eure Fähigkeiten verfeinern. Und schon hat man ein Battle-Camp. Das wird überhaupt nicht leicht. Macht euch bereit. Hä? Du wurdest auch eingeladen? Super. Ich befehle dir gegen den düsteren Fisch. Nicht so schnell. Walt ist als mein Spezialkoach hier. Das heißt, er wird nicht gegen uns kämpfen? Nein. Das ist ein Camp für Junioren und ich helfe nur aus. Sieht aus, als wären wir vollzählig. Treffen wir uns in 30 Minuten hier, nachdem ihr eingecheckt habt. Das ist Belle Daizora. Gibt's nicht. Düsterer Prinz. Ich kann es nicht erwarten, gegen dich zu kämpfen. Das ist so aufregend. Wow. Und wer seid ihr? Ich bin Yuga Hisashi. Ich bin Hikaru Hisashi. Die Hisashi-Brüder von den Comets. Kennst du sie nicht? Oh, ihr zwei. Ich habe eure Battles in der Ultimate Tag Series verfolgt. Vroom! Vroom! Los! Wir durchbrechen jede einzelne unserer Grenzen! Das hast du gesehen? Wir haben das große Maskeraden-Bay-Turnier gesehen. Das war doch dieses kleine Turnier, das ich gewonnen habe. Quadra, ich muss sagen, du warst beeindruckend. Die Battles im Phantom-Tor sehen immer nach so viel Spaß aus. Wo ist... Gold, was stimmt nicht mit dir? Warum willst du nicht kämpfen? Ich verlange, dass du gegen mich kämpfst. Ich komm sofort zurück. Es ist unhöflich, mitten im Gespräch abzuhauen. Ich habe zugehört. Hikaru und Yuga. Andersherum, Belle. Das ist Hikaru und das ist Yuga. Fängt beides mit H an. Wie war das? Hey, Hikaru, was ist los? Mein Name ist Yuga. Wir sagten das gerade. Hört auf, es reicht. Ihr habt nur eine halbe Stunde, bis wir uns wieder hier treffen. Also checkt jetzt ein. Ja, schon dabei. Komm, Yuga, los geht's. Alles klar. Komm, Yuga, los geht's.